Oh, er läuft schon wieder vor. Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Warhammer Burman 3 2. Jetzt habe ich Rosenheim gelesen. Hey, hey, what's wrong? Oh mein Gott. Verwandszeug, yay. Oh, da ist gleich wieder das Zuhören. Bei dem ist heute schon mal ein Block. Ja, ich weiß aber, immer wenn ich angreife, das legt er auch hin. Und wenn ich blocke, tut er nichts. Oh, Lebenstränke. Ach so, habe ich hier schon voll. Vorsicht. Abhin. Hey, was war da? Lol, du wurdest doch gerade eben gefangen. Hast du es nicht gemerkt? Oh, ich habe eine öffne Küsse gefunden. Ich glaube, da kommen ganz viele. Wow, 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 wow. Ich habe einfach mal einen Trank genommen. Wieder beleben, was? Wen? Scheiße. Ich bin runtergesprungen. Ich komme nicht mehr hinter. Na gut. Oh, dann kommen wir mal wieder ein weniger. Kann ich aber auch nicht. Kommt man da nicht mehr hoch? Nee. Das ist bei dem Spiel so, man muss aufpassen, dass man zusammen runterspringt. Ja, da hat er halt gekackt. Jupp. Da hat er halt Pech gehabt. Lalalala. Das war ich nicht. Äh, wolltest du die Kunst nicht mitnehmen, wo du gerade vorbeigelaufen bist? Doch, ich habe da was mitgenommen. So, dann muss die ja... Die Kiste! Oh. Hörst du auf, da auf mich drauf zu hauen, ey? Das gibt es doch nicht. Aber das heißt ja auch endlich mal wieder ein großes Schwert. Ich muss noch mal wieder ein bisschen mehr schaden. Irgendwie ist man mich draufhauen und dann leben die noch im... Nein, bitte nicht! Oh, fuck! Oh, danke. Oh, shit. Äh, kannst du mir noch helfen? Ja, ich bin gerade dabei. Oh, ich komme hier nicht mehr weg. Ach, Gott sei Dank. Oh, das war jetzt knapp. Die haben mich da voll in die Ecke gedrängt, da bin ich mit mir rausgekommen. Nein, ich habe es gesehen. Das möchte ich mal... Obwohl, nee. Alle munten beim nächsten. Freilassen. Ich laufe ohne Himmler. Ja. 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 Ich laufe. Ich laufe. Oh. Oh. Oh, mein Gott. Ich laufe. Ich laufe. Ich habe gesagt. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Oh, scheiße. Achso. Habe ich genommen. Da, 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 da. Wo ist er denn? Lass er. Stirb, stirb. Oh, ich habe ein Buch gefunden. Sehr gut. Ja, Mann. Hm. Lass das mal durch den Kopf gehen. Wo kommen die denn alle? Kommst du? Ja, da war hinter uns war eine ganze Armee voller... Äh egal. Bleib du da. Der Beutewürfel gehört mir. Bleib da. Scheiße, der läuft mit der Beute weg. Bleib da. Scheiß Ratte. Oh Mann. Ich habe nicht erwischt. Munition ist ausgegangen und hat zu viel auskommt. Ich habe noch ein Buch. Ne, du hast es wieder weggelegt. Was? Wie schaffe ich denn das? Ja, man kann ja nur das Buch nehmen oder Heilgegenstand. Was bringt das Buch? Mehr Punkte am Schluss. Ach so. Das nehme ich ja auch ab und zu mal mit. Ja doch, das Geld. Da ist er. Stirb. Hab ihn. Ja, der Scheiße. Geht jetzt an, was ihr sagt? Oh Mann. Und da ist von allen. Ja. Das ist von der Nähe, was er. Ganz genau. Das ist von der Knott-Gottel. Das ist von der Knottel. Oh Mann. Oh, ich hätte da nicht draufschlagen dürfen. Oh, oh, oh. Eine Fresse. Oh, ganz schön viele zum Schluss. Uh. Oh, die sind viele, da läck' mich ja mal. Zwei, weg, 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 weg. Meine Fresse, ich bin ja nicht so sch**s gut wieder. Da bin ich ziemlich allein. So, was seist du da hinten, seist du? Ja, ich hatte gerade so ein bisschen, ganz komisch, war alles grün und ich wieder nichts gesehen habe und dann kam der andere, dann wollte ich mich heilen, dann kam der andere und hat mich geheilt und dann hat er sich einfach weggelegt und da ihn behindert. Ich glaube, in der Runde habe ich echt viele Elite-Viecher gekriegt. Oh, oh. Oh, nice. Ach, wir machen noch gar keinen Schaden. Äh, lol. Doch, seh. So, lol. Schau doch mal. Bitch. Bitch. Bam, in your face. Der muss aber schreitig schnullen. Oh, der ist noch an. Oh, oh. Oh, oh. Beutewürfel. Ich habe auch noch etwas gefunden. Das was es hier. Stirb. Oh nein. Oh nein. Okay, der muss auch ganz schnell weg. Oh, fuck. Ja? Ja. Ja. Der mit seinem Schlummer. Behind you. Oh. 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 Das, das war ich nicht mal. Hat man auch gehört, dass das ein Ampurst tut. Was geht denn hier am Fliegen die Tore weg? Hey, was heißt hier? Ich muss kurz so drei heilen und dann aufnehmen. Darunter springen? Ja. Am besten, glaube ich, so eine Radicalen-Stirp-Stirp-Neu-Ausrichten. Oh, jetzt müssen wir noch ein Gräz noch machen. Ne, jetzt nochmal. Ja, ne. Okay, warte, ich geh mal anders hin. Okay, da sind jetzt viele in der Kro... Ja, warte, ich geh auf die andere Seite rüber, wir müssen jetzt einfach nur hinter den Sternen jetzt. Ne, mal die Rappen. Ah, fuck. Ne, du darfst doch nicht bewegen, wenn ich gerade das mache. Doch, ich muss erstmal die Außenseite machen. Okay, ich... Wo ist denn hier alles? Das große ist hier, das ist noch ein großes... Okay, ich hab hier... Also meins stimmt, glaube ich. Gut, Moment. Ich muss hier gerade bisschen verteidigen. Ich geh noch eins weiter. Genau, hier. Und jetzt noch die Mittel, dann geh ich nochmal rüber. Wo ist die Mittel? Da... Machen wir das hier noch. Ah, Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich muss hier doch drauf mal schon was machen. Fangen wir hier nicht mal in Ruhe. Hey, Moment, irgendwas stimmt ja nicht. Nicht? Ah, aber... Doch, so, so. Ja, weil jetzt... Ne, guck mal. Man muss erst die Mitte ausrichten, dann den Stress machen. Hey, wir müssen mal zurückgehen. Also die Mitte ist jetzt innerste Kreis das ausgerichtet. Das sind viele. Das sind ein bisschen Ratten. Das sind viele. Dann geh ich wieder zurück. Äh... Genau. Ah! 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 Oh Gottpp. Das grehe ich hier. Ah! Gott! Sacram... Ne irgendwas stimmt ja auch noch nicht, ja? Der Test da... Doch du musst weiter drehen. Warte. Noch ein bisschen weiter drehen. So ungefähr. So muss das sein. Äh... Genau, und jetzt hast du es dann. Genau, perfekt. Jawoll. Überleben, okay, ja. Krieg ich hin. Oh. Ah, ich bin besoffen, ich sehe alles doppelt. Oh nein. Leu, da lebt er noch. Ach, da waren zwei. Drei, drei waren da. Da haben sie sich gegenseitig gekillt in dem Gang. Ne, ne, das nicht, ja. Ja, ja. Ja, mal. That was easy. Ja, gut, das war der erste Level in der Akt 2. Ja, immerhin, ne, ne? Und die Küste mal wieder. Dankszusammenfassung. Yay. Ich habe ein Foliant gefunden, den habe ich mal mitgenommen. Ja, 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 das müsste man richtig gut. Na gut. Und? Ah, schade. Ich habe ein bisschen was gefühlt. Verstehe ich nicht. Wie du... Eliten getötet 23. Ja, jawoll. Wie du über 100 Kinds... Ich hoffe das nicht, ich wette. Keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Also ich hätte es gefühlt gesagt, du warst eigentlich oft vor mir. Ja, ich auch. Immer. Voll oft. Das verstehe ich jetzt irgendwie anders so richtig. Voll oft, dass ich immer mehr Kills gemacht habe. Ich verstehe das auch nicht. Sag mal, ich weiß nicht, ob die bei mir wieder aufstehen im Hintergrund und dann tötest du die alle, oder? Ja, doch. Merkst du das nicht? Nicht jeder ist ein One-Hit, ne? Ja, das weiß ich schon nie. Das war zweimal ungefähr. Wo ich mal ein bisschen hinter dir hergelaufen bin, da sind wir nicht wieder aufgestiegen. Da sind die hinterhergelaufen wieder. Verstehe ich nicht. Du nichts zu verstehen. Ja, aber jede Mission, jede einzelne. Es ist nicht mehr so, dass mal du, mal ich, ne, jede. Ich habe aber noch nie mehr Kills wie du. Noch nie. Egal welche Waffe, egal was. Keine Ahnung. Nichts. Also, da habe ich voll wenig bekommen. So, machen wir das mal auf hier. Uh, Elfensperr wieder. Oh, leider schwächer. Schade, schade, schade. So, da. Ich meine, okay, du hast ne langen Waffe, ja, aber. Das macht das so'n Unterschied, ey. Naja, egal. Diese Bursch, wenigstens kommen wir durch. Genau. Schön warm hier. Und es dreht meine Sanität. Wahrscheinlich bin ich nicht so gut, als ich die Welt auszutauschen, als ich damals war. Äh, stirb. Ich hasse dich. Ja, damit danke ich mir mal fürs Zuschauen, für diese Folge. Und wir sehen uns alle und hören uns in der nächsten Folge von Warhammer Verminthal 2. Wieder mit dem Kackvogel hier, der... Alles klar. Besser. Besser. Lass mich. Okay. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Alles klar. Digga. Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Boop, boop, boop. Spast. E, ey, ey. Hm, ich hätte jetzt einen B-Händer, der da noch ein bisschen mehr Kraft hat.